Unsere erste Reise mit dem Bohrmobil führt uns Richtung Ost, erst Richtung Wettbewerb und dann Richtung Bessau, weiter nach dieser komischen See, weiter nach Pehne, Bühne, Überrüge und dann der Ostsee und der Küste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach Queckrenburg ging es weiter Richtung Dessau, wo wir dann bei Verwandten einen schönen Stellplatz direkt am Haus hatten. Macht noch eine Rundfahrt durch Dessau, besucht das Bauhaus, die Meisterhäuser und anschließend auch nochmal den Wörlitzer Park. Dann hatte ich mir in Dessau direkt eine neue Satellitenanlage einbauen lassen. Super Empfang kann ich nur sagen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.